Wir alle wollen mobil sein. Uns selbst und die Dinge, die wir brauchen, bequem und schnell von A nach B bewegen. Aber wie kann unsere Mobilität gleichzeitig ökologisch verträglich, wirtschaftlich tragfähig und für alle zugänglich sein? Dank Digitalisierung haben wir jetzt mehr Möglichkeiten denn je, Verkehr und Logistik nachhaltig zu machen. Deshalb sucht der Deutsche Mobilitätspreis in diesem Jahr digitale Lösungen, die Menschen und Güter umweltverträglicher, effektiver und sozial gerecht unterwegs sein lassen. Ob Sharing-Modelle, Big Data, künstliche Intelligenz oder IT-gestützte Planung, bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt zum Thema Intelligent unterwegs – Innovationen für eine nachhaltige Mobilität. Jetzt online unter www.deutscher-mobilitätspreis.de